Das schönste ist einfach im Team draußen zu arbeiten, mit Kollegen, mit denen man sich auch privat sehr gut versteht, einfach im Wald zu sein, frei zu sein und mit Maschinen in verschiedenster Art und Weise einfach arbeiten zu können. Ich bin zum Beruf Forstwirt gekommen, weil ich schon immer auch schon als kleiner Junge schon immer gerne im Wald war, mit meinen Eltern viel draußen war und natürlich auch große Ambitionen zur Jacht habe und somit eigentlich auch zu dem tollen Beruf des Forstwirts gekommen bin. Ich habe hier meine Ausbildung zentral für zwei Jahre gemacht und danach wurde ich hier am Forstlichen Bildungszentrum in Gern als Forstwirt angestellt. Hier befinden wir uns im Herzstück der ganzen Ausbildungsstätte, das ist die Lehrwerkstatt hier. Das hier ist der Traum eines jeden Forstwirts, Regale voller Sägen. Hier kann man auch beliebt sich die Säge mitnehmen, die man auch wirklich braucht für die Arbeit. Ich als Forstwirt kümmere mich um das Pflegen, Begründen und Verjüngen von Waldbeständen. Dazu gehört die Pflege, das Pflanzen und vor allen Dingen auch die Holzernte. Um als Forstwirt arbeiten zu können, ist einfach Teamfähigkeit das Allerwichtigste, handwerkliches Geschick und einfach die Lust und Laune in der Natur zu arbeiten. Wir tun das eigentlich in weiser Voraussicht für unsere Nachfahren, denn Forstwirtschaft heißt auch nach vorne zu denken, für andere zu denken, mitzudenken und vor allen Dingen auch Verantwortung zu übernehmen. Natur, Zukunft, Leidenschaft. Sha. gazeten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017